So, wir sind jetzt in der Burg hier oben. Wir müssen warten bis der Student kommt, der jetzt kommt hier und stellen uns vor, wenn der da ist, drücken wir einmal die Taste G und legen die Tür auf. Aber erst wenn er da ist. Wir sind jetzt hier oben drin. 4 von 4, äh 4 von 6. Am letzten Bein sind hier unten im Keller. Dann und zu beider in der Ecke. Wie gesagt, einfach hier oben in der zweiten Taste hinstellen. Ich mache euch mal die kleine Karte an. Hier oben. Und dann könnt ihr runtergehen. Aber erst wenn der Student kommt. So, jetzt haben wir 6 von 6. Und das war's.